Kim Kardashian könnte sich vorstellen, ihre Show-Biz-Karriere für ihr Jurastudium an den Nagel zu hängen. Die 42-jährige Reality-Queen erlangte an der Seite ihrer Familie internationale Bekanntheit. Obwohl Kim mit ihren Unternehmen weltweite Erfolge feiert, will sie möglicherweise demnächst einen ganz anderen Weg einschlagen. 2019 begann die vierfache Mutter ein Jurastudium. Damit tritt Kim in die Fußstapfen ihres 2003 verstorbenen Vaters. Und wie sie jetzt in einem Interview verriet, könnte Kim sich schon bald komplett ihrer neuen Tätigkeit widmen. Es gibt viele Möglichkeiten im Fernsehen, aber meine Freunde wissen, dass wir unsere Privatsphäre schätzen. Ich wäre genauso glücklich Vollzeit als Anwältin zu arbeiten. Dieser Prozess hat mir in vielerlei Hinsicht die Augen geöffnet. Es ist überwältigend, denn es gibt so vieles was zu tun ist. Ich scherze immer mit meiner Mutter, die auch meine Managerin ist. Ich sage ihr, dass Kim K. in Rente geht und dass ich nur noch Anwältin sein möchte.